Wenn du in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investiert bist, dann wird dies vermutlich das wichtigste Video sein, das du jetzt gerade aktuell angucken kannst. Das ist auf jeden Fall ein Video, das du für diesen BR-Markt brauchen wirst und ich werde dir in diesem Video ein paar Strategien an die Hand geben, die ich selbst nutze, mit denen ich selbst handele. Und ich werde auch in diesem Video ein paar Sachen besprechen, die du so vielleicht noch nicht gehört hast. Das wird aber letztendlich dann dazu führen, dass du mit weniger Schmerzen, mit weniger Kopfschmerzen, Stress und Problemen durch diesen BR-Markt geleitet wirst. Also lehn dich an dieser Stelle zurück, schau dir das gesamte Video an und setze die Dinge, die ich hier bespreche, schnellstmöglich um. Denn ganz egal, ob dein Portfolio gerade bei 50 oder 70% im Minus ist, es ist noch lange nicht zu spät, diese Strategien umzusetzen. Also, let's roll. Punkt Nummer 1, gehen wir auf den aktuellen BR-Markt und die Aussicht auf. Der BR-Markt, in dem wir uns aktuell befinden, ist bisher ziemlich brutal. Wir sind von knapp 69.000 Dollar runtergekracht auf 17.600 Dollar, das ist die aktuelle Low-Zone, die wir bisher im Markt hatten. Und an dieser Stelle, vorneweg, wir könnten durchaus nochmal tiefer fallen. Ich selbst gehe aktuell von Kursen von bis zu 12.000 Dollar aus, vielleicht sogar noch drunter. Ich erkläre dir aber auch später in diesem Video, wenn ich über die Charts gehe, warum. Des Weiteren sind einige Altcoins deutlich krasser gefallen. Gerade im Low-Cap-Bereich, also Coins, Altcoins, Tokens, die eine geringe Marktkapitalisierung an den Tag bringen, sind um 90% oder sogar um 99% gefallen und drohen noch tiefer zu fallen. Denn du musst wissen, diese Altcoins sind deutlich volatiler als zum Beispiel Bitcoin, einfach dadurch die Marktkapitalisierung, also das Geld, was in diesen Assets steckt, in diesen Coins, ist, nochmal deutlich geringer ist. Das bedeutet, kommt es hier zu Schwankungen, sind die Ausbrüche hier nach oben wie nach unten natürlich sehr viel krasser. Punkt Nummer 2, dein erster Bärenmarkt. Wenn das nämlich dein erster Bärenmarkt ist, dann an dieser Stelle erstmal willkommen in dieser verrückten Geschichte Krypto. Und ich werde dir an dieser Stelle zeigen, was ich damals gemacht habe und was ich heute auf jeden Fall machen würde, wenn dies mein erster Bärenmarkt wäre. Hi, mein Name ist Georg und ich bin Geschäftsführer der Cryptory GmbH. Und neben unserem Coaching sorge ich unter anderem dafür, dass ich dich durch meinen Content sicher und heil durch den Bärenmarkt bringe. Mein Kanal dreht sich alles um das Thema Krypto, Finanzen und Trading. Lass mir an dieser Stelle ein Abo da und ich lasse dich safe wissen, sobald der Bärenmarkt vorbei ist. Also wenn das dein erster Bärenmarkt ist, dann wirst du das tun, was ich damals auch getan habe. Denn du bist vermutlich verunsichert, weißt nicht, ob du Krypto kaufen sollst, Krypto verkaufen sollst, was du mit deinem Portfolio machst und schaust vielleicht in ein oder anderen Tagen gar nicht drauf oder jeden Tag 20 Mal. Und du bist dann vielleicht auch genauso verunsichert, wie ich damals und denkst darüber nach, ob jetzt nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, alles zu verkaufen, vielleicht die Verluste erstmal zu realisieren, um dann zu einem späteren Zeitpunkt sehr viel besser einzukaufen. Ins vorneweg, das sind vollkommen normale Emotionen und vollkommen normale Ängste, die du dadurch lebst. Und selbst wenn du ein erfahrener Investor bist, wird dich das weiterhin begleiten. Ich will dir an dieser Stelle zwei Sachen mitgeben, die vielleicht für dich extrem wichtig sein können, wenn dies dein erster Bärenmarkt ist. Aber auch für all die anderen, die schon ein bisschen ein paar Jahre dabei sind, kann das auf jeden Fall sehr wichtig werden. Also, sprechen wir ganz kurz über Medien und den Confirmation Bias. Achtung, ganz kurz, hier geht es um Mindset. Das hatte ich gerade erst letzte Woche mit unseren Kunden besprochen. Es geht um den Confirmation Bias, denn das ist jetzt an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Learning, das ich dir auf jeden Fall gerne mitgeben möchte. Der Confirmation Bias sorgt dafür, dass wir uns in Bubbles informieren. Ja, Bubbles. Denn wenn du grundsätzlich Bullish gegenüber Krypto eingestellt bist, so wie ich auch, passiert meistens Folgendes. Du fängst an, irgendwann nur noch Videos zu konsumieren, die deinem Narrativ dienen. Das bedeutet Videos, die dir sagen, hey, Krypto ist Bullish. Und davon gibt es auf YouTube, TikTok, Instagram auf jeden Fall genug. Und wenn du das tust, dann unterliegst du einfach dem Confirmation Bias. Das heißt, du suchst dir nur noch Nachrichten, nur noch Videos, die die Bullish Meinung, die du hast, komplett stützen. Und blendest alles andere aus, das vielleicht negative News hat, das vielleicht dir sagt, dass es aktuell ein Bärenmarkt ist, von dem du eigentlich nichts hören möchtest. Also ganz wichtig, analysiere dich mal selbst, ob du dem Confirmation Bias unterliegst. Und der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist Bullish und Bärische Berichterstattung. Denn egal zu welcher Zeit, wirst du immer auch Bullish und Bärische Berichterstattung finden. Ganz gleich, ob es ein Bullenmarkt ist, ganz gleich, ob es ein Bärenmarkt ist. Und ich habe gerade aktuell jetzt schon wieder super viele Berichte auf Twitter gefunden, bei Reports gefunden, die irgendwelche Strukturen in irgendwelchen Charts finden wollen, dass das jetzt sozusagen der Boden ist und wir jetzt hier von komplett wieder auf 100.000 Dollar gehen. Kein Witz. Du musst an dieser Stelle ganz klar wissen, dass es makroökonomische Daten gibt, die das einfach nicht zulassen werden. Ich gehe nämlich aktuell davon aus, dass wir durchaus tiefere Kurse sehen. Und ich werde dir auf jeden Fall in diesem Video auch ganz kurz erläutern, warum das so ist. Denn auch wenn ich Bullish auf Bitcoin bin, auch wenn ich Bullish auf den gesamten Kryptomarkt bin, sollte man sich diesen makroökonomischen Daten nicht verschließen. Dennoch wird es Bier-Market-Tradeys geben. Aktuell erleben wir gerade wieder eine im Oktober. Wenn du an dieser Stelle aber langfristig investieren möchtest, ist es jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um mit Dollar-Cost-Average anzufangen. Und hier deine ersten Positionen aufzubauen. Aber an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz die Warnung bleibt auf jeden Fall von Low-Caps fern. Also irgendwas jenseits der Top 50, würde ich jetzt schon mal sagen, würde ich jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt kaufen. Weil sollten wir tiefere Kurse bei Bitcoin sehen, wie wir auch hier nochmal richtig krasse Drops sehen könnten. Also deutlich tiefere Kurse. Und nun zum bearischen Teil. Denn wenn wir über bearische Berichte sprechen, gibt es aktuell einfach sehr viele Ereignisse, die eher dafür sprechen, dass wir noch nicht am Boden angelangt sind. Ich versuche mal ein paar aufzuzählen. Mal gucken, ob du mitkommst. Wir haben die FED- und die EZB-Zinspolitik. Wir haben die Inflation. Wir haben die Zinserhöhung. Wir haben das Quantitative Tightening, also die Geldstraffung. Wir haben Menschen, die jetzt in verschiedenen Ländern ihre Immobilienkredite nicht mehr bezahlen können. Dann haben wir Krieg, Lieferkettenprobleme und die Energiekrise, Liquiditätsprobleme und... Ja, was habe ich denn eigentlich noch vergessen? Ja, schmeißt noch die eine oder andere Pandemie noch mit rein. Eins, zwei und dann haben wir den Hexenkessel eigentlich komplett. All diese makroökonomischen Probleme müssen vorher gelöst werden oder aber eine mögliche Lösung bieten, bevor wir nächsten Bullrun sehen können. In diesem Video erkläre ich dir gleich die zwei wichtigsten Dinge, die dich erwarten können und dir zeigen, warum du vielleicht an dieser Stelle Geld verlieren könntest und mit dem du noch gar nicht rechnest. Wie du dich zu positionieren hast und warum der früheste Bullenmarkt in meinen Augen erst 2024 wieder da ist. So, Event Nummer 1, mögliche Margin Calls. Das bedeutet, wenn Bitcoin unter bestimmte Key-Levels fällt wie 20.000, 15.000, 10.000 Dollar, passieren immer Dinge, die dich auch ziemlich hart treffen können. Sogenannte Margin Calls. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, wer ist denn verrückt genug, Bitcoin bei 20.000, 15.000 oder 10.000 Dollar zu verkaufen? Die Frage ist nicht, wer möchte verkaufen, sondern die Frage ist eigentlich, wer muss verkaufen? An diesen Punkten verkaufen nämlich Institutionen, Fintechs und aber auch Anleger, die überhebelt unterwegs sind, ihre Assets, um liquide zu bleiben. Bedeutet, sie bedienen ihre Kredite. Wir denken mal zurück an Celsius, wir denken mal zurück an Luna und wir denken auch mal an den einen oder anderen Fonds oder auch an den Bankensektor 2008 mit der Europakrise. Bevor ein Hedgefonds, bevor ein Fintech baden geht, bevor ein zentrales Protokoll kaputt geht, wird es letztendlich gezwungen, seine Assets zu liquidieren. Das bedeutet zu verkaufen. Wenn gehebelte Positionen nicht mehr gedeckt sind, kommt es zu einem sogenannten Margin Call. Das heißt, das Unternehmen oder du als Investor hast zum Beispiel kein Kapital mehr, um deine gehebelte Position aufrecht zu erhalten und wirst zwangsläufig liquidiert. Das heißt, deine Positionen werden verkauft. Das ist natürlich ein Super-Go im Bärenmarkt und damit wäre natürlich ein Super-Go im Bärenmarkt vorprogrammiert. Denn während eines Bärenmarktes passiert sowas immer, immer wieder. Gerade wenn es um wichtige Marken geht. Als Bitcoin das erste Mal unter 20.000 Dollar lief, wurden super viele Positionen mit einem Margin Call bedeckt. Und wenn das passiert, verkauft die Börse automatisch deine Positionen und dadurch kommen dann halt so krasse Wicks zusammen, dass wir dann halt mehrere hundert oder tausend Dollar Preisbewegungen haben in wenigen Minuten. Wenn gleichzeitig sehr viele Leute verkaufen, auf der anderen Seite keine Kaufposition da ist, sorgt das für einen regelrechten Sell-Off. Das ist Punkt 1. Margin Calls. Bevor ich weitermache, Freunde, bitte drückt den Like-Button, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, um über zukünftige Videos informiert zu werden. Mein Ziel sind 10.000 Follower bis zum Ende dieses Jahres. Ich bin gespannt, ob ich das in diesem Bärenmarkt schaffe. Event Nummer 2. Liquiditätskrisen. Was für ein ekelhaftes Wort, oder? Wir haben es zuletzt bei Celsius gesehen, aber auch bei Voyager. Wenn du in zentrale Protokolle investierst, dann wirst du vermutlich an dieser Stelle schon ziemlich genervt sein. Schließlich lockten beide mit ziemlich hohen Renditen. Du hast dort letztendlich deine Coins geparkt und hast dort dein Geld verliehen, wenn man so möchte, und dadurch einfach relativ gute Renditen erhalten. Das Problem, oft wurde mit deinem Geld dann gearbeitet, es wurde verliehen, es wurde gehebelt. Und das Problem an dieser Sache ist, gerade wenn solch ein zentrales Protokoll dann irgendwann mal platzt, dann hast du die Problematik, dass du nicht mehr an deine Assets kommst. Wenn also nämlich solch ein Unternehmen eine ziemlich hohe Position aufgebaut hat und dann vielleicht hier ein Margin Call reinkommt, kann er seine Kredite nicht mehr bedienen. Und dann passiert immer folgendes, von jetzt auf gleich wird dein Zugang gesperrt. Oft gibt es dann nochmal eine Twitter-Nachricht, die dann eigentlich nur noch sagt, aufgrund der hohen Volatilität in den Märkten lassen wir aktuell keine Abhebungen zu, um dich als Kunde zu schützen. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Und dient lediglich für dieses Unternehmen dazu, ihre Assets beizubehalten, um sich möglichst aus dieser Liquiditätskrise zu befreien. Jetzt muss man an dieser Stelle aber auch wissen, dass diese zentralen Protokolle oft gegenseitig Geld verleihen. Wenn also plötzlich einer davon einen Millionenkredit nicht mehr bedienen kann, bedeutet das dann häufig, dass auch ein zweiter davon vielleicht betroffen ist, da kein Geld oder keinen Anspruch mehr hat. Und das kann zu einem regelrechten Domino-Effekt führen, wo der eine den anderen mit runterreißt. Wir hatten unsere Kunden intern schon am 15. Juni darüber informiert und gewarnt, dass man hier vielleicht auch von BlockFi Abstand halten sollte, weil auch das ein zentrales Protokoll ist. Und da war es einfach Follow-the-Money-Prinzip. Three Arrows Capital ist umgegangen und hat BlockFi Geld geliehen. So, was solltest du jetzt an dieser Stelle tun? Nachdem wir den düsteren Part erstmal hinter uns gebracht haben, was können und sollten wir jetzt tun? In meinen Augen ist der Bärenmarkt eigentlich der ideale Zeitpunkt, um zwei Dinge zu tun. Punkt 1 ist, beschäftige dich zwangsläufig mit der technischen Analyse. Du hast jetzt ungefähr ein oder zwei Jahre Zeit, dir einen supergeilen Skill aufzubauen in einer ruhigeren Marktphase. Du kannst von fallenden Kursen profitieren, um dich langfristig noch besser zu positionieren und dir einen Skill anzueignen, der dir auf jeden Fall im nächsten Bullenmarkt helfen wird. Was genau das damit auf sich hat, zeige ich dir am Ende dieses Videos, wenn ich über die Charts gehe. Und Punkt Nummer 2, du hast jetzt die Möglichkeit, dich aktiv um dein Portfolio zu kümmern. Check für dich selbst, in welchen Sektoren du investiert bist. Check für dich selbst, ob du verstehst, in welche Protokolle du investiert bist. Und check für dich selbst, ob du ganz genau weißt, was du tust und ob das, was du tust, auch nachhaltig ist. Und wenn du denkst, nein, dann frag dich mal, warum das so ist. Such dir Hilfe bei einem Coach oder Mentor, ganz gleich, ob das bei uns ist oder woanders, und positioniere dich für 2024. Warum 2024? Bedenke eine Sache, die FED, also die amerikanische Zentralbank, steuert noch immer unser Geldsystem. Der US-Dollar ist immer noch die Weltwährung. So schnell wird sich nichts daran ändern. Bis wir wieder auf 2% Inflation laufen, das Ziel der FED, wird es bis 2024 dauern. Das ist auch ein Ziel, das die FED selbst genannt hat. Vorher könnte es vielleicht ein FED-Pivot geben. Was ein FED-Pivot ist, warum wir 2024 als Ziel setzen, das kannst du auf jeden Fall in meinem letzten Video sehen. Das habe ich auf jeden Fall hier. Das nennt sich Domino-Effekt, löst die FED den finalen Bitcoin-Crash aus. Schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Da gehe ich nochmal ganz genau darauf ein, was ein FED-Pivot ist. Und warum ich davon ausgehe, dass wir 2024 den ersten Bullenmarkt wiedersehen könnten. Auch da spielt Bitcoin eine große Rolle. Und warum wir 2023 eigentlich eine relativ gute Chance haben, uns hier Wissen aufzubauen. Lass uns zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz über die Kurse gehen. Das heißt, ich nehme dich ganz kurz auf die Chartanalyse mit. Wir checken den S&P 500, den Euro-US-Dollar, weil er auch der wichtig ist für uns. Und auch Bitcoin und Ethereum. So, schauen wir uns erstmal an dieser Stelle den S&P 500 an. Wir sind hier im Daily unterwegs. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall jetzt schon sehen können, seitdem wir im Oktober sind, haben wir hier eine regelrechte Rallye. Den nächsten Widerstand, den ich jetzt hier erstmal für mich erkennen kann, in eben dieser Zeiteinheit, der liegt ungefähr bei 3.850. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe, da werden wir dann auch eine Sache nochmal erkennen, warum das eigentlich eine Zone ist, die sehr interessant ist, weil wir hier einfach sehr viel Bewegung hatten. Wenn ich mir jetzt ein Key-Level einzeichnen müsste, dann wäre das an dieser Stelle bei 3.806. Und auch hier kann ich mir natürlich erstmal die bärische Bewegung vorstellen. Das Erste, was mir jetzt hier erstmal auffällt, dass wir im 4-Stunden-Timeframe die Struktur erstmal gebrochen haben. So, das heißt, was ich damit meine, wenn ich sage, wir haben diese Marktstruktur erstmal durchbrochen, wir waren hier bearish und jetzt sind wir das erste Mal über dieses letzte High gekommen. So, das heißt, sollten wir jetzt hier erstmal einen bullischen Oktober erleben können, davon könnte man ausgehen, ist auch das in meinen Augen erstmal nur eine Beer-Market-Rallye und ich gehe trotzdem eher davon aus, dass wir tiefere Kurse sehen. So, das bedeutet, das Ganze könnte sich dann so abspielen, dass wir hier das Ganze nochmal testen als Support, dann den nächsten High anlaufen, vielleicht machen wir dann sowas hier und dann könnten wir hier auf eben diese 3.900 laufen. Das ist ein bullisches Szenario, das man durchaus spielen könnte. So, gehen wir weiter auf den Euro-US-Dollar und auch hier sehen wir quasi einen richtig geilen Trend, den kann man eigentlich nicht besser benennen, wir haben ja einen absoluten Down-Trend, also ist das eigentlich tatsächlich per Definition ein richtig geiler Trend. Schlecht für uns Europäer, denn um es mal fein auszurücken, unser Euro ist aktuell lang nicht mehr so viel wert, wie er vorher wert war, das heißt, solltet ihr die ganze Zeit in die USDT geparkt gewesen sein, über den letzten paar Monate, dann habt ihr eigentlich per se schon richtig guten Deal gemacht, weil ihr jetzt dadurch einfach mehr Krypto bekommt, solltet ihr jetzt Bitcoin kaufen. Seid ihr hingegen aber in Euro gelieben, dann werdet ihr weniger Bitcoin oder andere Kryptowährungen dafür bekommen, weil einfach der Euro gegen den USD sehr schwächelt. Das ist eben genau das, was wir hier in diesem Chart sehen, wir haben jetzt hier die erste bullische Reaktion, auch erstmal trotzdem, nichtsdestotrotz, wir haben hier weiterhin einen krassen Down-Trend, der noch ungebrochen ist, also dementsprechend gehe ich auch hier an dieser Stelle erstmal davon aus, dass wir diesen Down-Trend weitersetzen, weiterführen könnten, ich sehe auch hier jetzt erstmal einen coolen, bearischen Order-Block, Kunden aus unserem Coaching wissen ganz genau, was wir an dieser Stelle dann tun würden, passt eigentlich ganz cool, wurde sogar schon bestätigt, also dementsprechend gar nicht mal so ein schlechtes Setup, vielleicht schaue ich mir das später nochmal genauer an. Egal, wir gehen erstmal weiter auf den Bitcoin-Chart und hier haben wir eigentlich, ja, eigentlich eine große Seitwärtsphase im Daily, wir haben jetzt hier zwei Tage Bullish gehabt, also der heutige Tag ist natürlich noch nicht vorbei, trotzdem, nichtsdestotrotz, wir hatten zwei bullische Tage und wenn wir in vier Stunden sind, dann sind wir eben in dieser Phase, die ich im letzten Video dann auch nochmal besprochen habe, wo wir einfach die ganze Zeit rumtingeln. Ich würde jetzt aktuell gerade eher davon abraten, Bitcoin aktiv zu handeln, man kann es machen, aber das hier, das hier sind Strukturen, die willst du als Trader eigentlich nicht handeln, weil du hast hier eigentlich keinen vorherrschenden Trend. Wer Range Place mag, also Range Trading mag, kann das durchaus cool nutzen für sich, aber auch hier hast du super viele Fake-Outs hier oben, also es ist extrem schwer, das Ganze zu handeln, also ich würde eher davon abraten, die meisten werden in gerade solch einer Phase eher liquidiert, verlegen ihre Positionen, dementsprechend damit Vorsicht einhergehen. Das Gute an Seitwärtsphase bei Bitcoin ist, man kann dann zum Beispiel Altcoins sehr gut handeln. Ganz zum Schluss schauen wir uns natürlich nochmal Ethereum an, ich habe dafür den alten Chart auch noch parat, den ich im letzten Video, den ich im letzten Video mit euch durchgesprochen habe und auch hier haben wir jetzt natürlich dann erstmal so die Support-Zone angelaufen, ein Daily Key Level bei 1200 Dollar und auch hier haben wir ganz genau wie bei Bitcoin einfach eine Price Action, die willst du nicht traden, die willst du nicht handeln. Ja, also wir sehen hier quasi mehr oder weniger dasselbe, was wir auch bei Bitcoin sehen. Extrem schwierig das Ganze zu traden, wir warten hier auf jeden Fall auch auf einen Ausbruch, bevor ich das Ganze handeln würde. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier ständig auf diesen Support, auf diese Unterstützung knallen, wird früher oder später eines passieren, wir werden wahrscheinlich runterlaufen. Und wenn das Volumen hier weiterhin abnimmt, gehe ich auch eher davon aus, dass wir das Ganze nochmal bearish sehen. Das ist das abnehmende Volumen und wir bleiben hier eigentlich in einer Linie. Also dementsprechend gehe ich eher davon aus, dass wir kurzfristig hier runterlaufen, das Ganze vielleicht nochmal als Support testen und dann dieses alte Szenario, das ich hier schon mal als Möglichkeit eingepreist hatte, für ein bearisches Szenario, durchaus durchspielen könnten. Aber sehr wenige Leute können sich jetzt gerade vorstellen, dass wir auf 600 Dollar laufen bei Ethereum. Auch das an dieser Stelle ist natürlich keine Finanzberatung. Ich jedoch werde Ethereum aktuell nicht kaufen und warte eigentlich eher auf fallende Kurse. Ich hoffe sehr, dass dieses Video dir hilft. Wenn du noch mehr über Krypto, Trading und Bitcoin erfahren möchtest, dann melde dich auf jeden Fall auf unserer Homepage für ein kostenfreies Erstgespräch. Oder stell mir deine Fragen gerne in diesem Kommentarfeld direkt unter diesem Video. Dort beantworte ich immer noch alles selbst, genauso wie auf unserem Instagram-Account. Denk daran, einen Follow da zu lassen, damit ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten kann.